Ene, mene, ganz weit fort. Dinge stehen an ihrem Ort. Hex, hexen! Hm, Amanda kann noch hexen. Komisch, aber irgendwo muss er doch sein. Na nun? Oh, Überraschungsbesuch. Wie schön. Ihr könnt mir gleich beim Suchen helfen. Beim Suchen helfen? Ja, ich finde meinen magischen Koffer nicht. Und man kann ihn doch nicht herbeihexen. Ach, den du beim letzten Hexentreffen vorgeführt hast. In den man sich alles hineinwünschen kann. Selbst wenn das, was man sich wünscht, durch einen Hexenring geschützt ist. Oh nein, der Diamant. Ja, aber ich verstehe nicht. Wir müssen sofort zur Burg. Amanda, nimm deinen Besen und komm mit. Ja, aber warum denn? Dein magischer Koffer wurde bestimmt gestohlen. Nur von wem? Das finden wir raus. Kommt, ich befürchte das Schlimmste. Ene, mene, leuchtend hell. Wesen fliegen extra schnell. Hex, hex. Dimmst du Koffer? Okay. ormatik. Dimmst du Koffer?